Ich habe jetzt ein bisschen Explosionsfrisur nach der Aktion von gestern. Oh, geiler Scheiß. Aber jetzt müssen wir aufräumen, abbauen, runterschleppen, oh Gott. Ich habe meinen roten Punkt gar nicht abgeschminkt. Ja, muss bezaubern. Oh, man, hoffentlich kommen die Einzelmännchen und helfen ganz viel, weil ich bin gerade echt komplett ohne Strom. Aber das war voll geil gestern. Liebe Grüße von Hauptfahrer, Camaria Dimitrescu-Rox ohne Ende. She's great. She's tired. She's tired. Me too. Ist so die Me Too-Debatte, ich bin auch müde.